Sie sind hier, 6. September 2018, 7.15 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Shohei Ohtani droht eine lange Pause, Urheberrecht, Getty Images, Schock für die Los Angeles Angels. Star-Pitcher Shohei Ohtani fällt möglicherweise langfristig aus. Beim Japaner wird eine schwere Verletzung diagnostiziert. Die Los Angeles Angels müssen voraussichtlich lange ohne ihren Starspieler Shohei Ohtani auskommen. Beim Japaner wurde vor dem Spiel gegen die Texas Rangers 9 zu 3 eine schwere Verletzung im rechten Ellbogen festgestellt. Ohtani gelangen nach der Diagnose vier Hits und zwei Homerans. Ohtani ist ein besonderer Profi, der 24-Jährige kann als Schlagmann und Pitcher eingesetzt werden. Der Rookie wirft mit rechts, beim Schlagen wird aber der linke Ellbogen belastet. Deshalb war ein Einsatz gegen die Rangers möglich. Als Werfer wurde er nicht eingesetzt. Einjährige Pause droht bei Ohtani liegt eine Bänderverletzung vor, die üblicherweise mit einer Tommy-John-Surgery versorgt wird. Sollte der Eingriff durchgeführt werden, könnte Ohtani ein Jahr ausfallen. Noch ist die Entscheidung nicht getroffen worden. Die Angels hatten sich im Dezember des vergangenen Jahres im Werben um den Babe-Root von Japan gegen sechs andere MLB-Clubs durchgesetzt. Sportinformationsdienst Sportinformationsdienst